Thailand Elite schafft alle bisher rausgebrachten Visa-Packages ab und ich bin mir so ziemlich sicher, dass im Hauptquartier von Thailand Elite seit einigen Tagen die Sektkorken knallen dürften. Warum, wieso, weshalb, das erfährst du hier in diesem Video und damit herzlich willkommen zu BauchgesteuertTV. Was ist passiert? Am 27. Juli ging eine E-Mail von Thailand Elite an die ganzen zertifizierten Thailand Elite Visa-Agenturen in Thailand und um Thailand herum raus. Daraufhin haben diese Visa-Agenturen natürlich deren Kunden alle angeschrieben oder diese Nachricht im Newsletter verteilt, dass Thailand Elite sämtliche Visa-Packages abschafft. Die ganzen Gerüchte in Facebook sind aufgekommen, alles am 27., am 28. Juli. Keiner wusste so richtig, was wir machen sollen, was passiert ist. Natürlich haben einige dann Thailand Elite angeschrieben und haben dann auch eine E-Mail bekommen, dass das wirklich passiert und dass offiziell am 3. August eine E-Mail von Thailand Elite rausgehen wird an deren Member. Das dramatische an der Geschichte ist, dass Thailand Elite am 27. Juli diese E-Mail rausgeschickt hat an sämtliche Visa-Agenturen. Dann haben die sich erst mal ins Wochenende verabschiedet und in die Feiertage. Und dann erst am 3. August kam diese Meldung offiziell von Thailand Elite mit der Nachricht, dass diese Packages einfach abgeschafft werden. Und noch mit einem ganz speziellen Hammer, was natürlich einige verärgert hat und viele Member mittlerweile so ein bisschen zum Rasen gebracht hat, denn es bleibt einfach nicht mehr viel Zeit. Aber schauen wir uns mal an, auf der Thailand Elite Webseite ist es mittlerweile auch bekannt gegeben worden. Wenn man hier in diese News-Section klickt, dann sieht man eben hier Discontinuation aller Visa, die Thailand Elite hier so rausgebracht hat. Und das ist auch hier beschrieben nochmal, das ist einfach zum 20-jährigen Bestehen von Thailand Elite. Gibt es ein sogenanntes Rebranding und diese ganzen Visa, die du hier siehst, werden alle abgeschafft. Und man soll doch, man hat aber auch die Möglichkeit, sagen wir es mal so, bis zum 15. September sich noch auf diese Visa zu bewerben. Und die werden natürlich auch bearbeitet, also es ist überhaupt kein Problem, das passt soweit. Man munkelt, dass Thailand Elite, also man munkelt es nicht, man weiß, dass Thailand Elite neue Visa rausbringen wird. Die werden aber vermutlich wesentlich teurer sein, ist aber alles nur Spekulation, aber man geht auf alle Fälle davon aus. Von was hier allerdings nicht die Rede ist, was hier sehr, sehr spannend ist, das Thailand Elite hat hier diverse Visa. Schauen wir uns mal dieses Elite Easy Access Visa an. Dieses Visa konnte man noch vor ein paar Jahren für 500.000 Bhatt erwerben. Hier ist es für 600.000 Bhatt. Die hatten eine Preiserhöhung vor einiger Zeit. Was hier allerdings interessant ist an diesem Package, das ist ein 5-Jahres-Package und interessant war immer bisher, dass man für weitere 400.000 Bhatt dieses Package upgraden kann auf das Elite Superiority Extension. Und das ist dieses Package hier. Und mit diesem Upgrade hat man dann insgesamt eine Million Thai Bhatt bezahlt. Ungefähr 27.000 Euro, ja, Wechselkurs schwankt natürlich. Hat damit aber die Möglichkeit, bis zu 20 Jahre in Thailand stressfrei zu verbringen. Jetzt gibt es aber dieses Problem, dass Thailand Elite hier eine sogenannte Deadline gesetzt hat. Ja, wir haben darüber auch berichtet auf bauchgesteuert.de, wenn ihr hier zum Thailand Elite Visum, zu dieser Section geht. Hier haben wir darüber berichtet. Update am 3.8. Ja, diese ganzen Visa werden hier alle eliminiert von Thailand Elite. Und wichtig ist natürlich zu wissen, dass bereits ausgestellte Thailand Elite Visa, die behalten alle ihre Gültigkeit, also überhaupt kein Problem. Diese Visa wird nicht gecancelt, da muss keiner Angst haben. Bereits eingereichte Bewerbungen werden auch bearbeitet, also Neuanträge, überhaupt kein Problem. Bewerbungen, die bis zum 15. September eingehen, die werden auch bearbeitet. Wo jetzt aber auf der Thailand Elite Visa Seite nicht die Rede ist, ist eben diese Upgrade Möglichkeit. Und darüber wurden jetzt alle Member informiert, also alle, die ein 5-Jahres-Easy-Access-Visa von Thailand Elite haben, haben leider nur noch die Möglichkeit, bis zum 15. August abzugraden auf dieses Package, und zwar bis 16.30 Uhr. Bewerbungen, die später eingehen, werden nicht mehr bearbeitet. Die neuen Visa sind geplant für den 1. Oktober 2023, also da kommen die neuen Packages raus. Über die Preise ist noch nicht wirklich was bekannt, es gibt einfach nur Gerüchte darüber. Genau, also die Bewerbung für die neuen Visa-Programme werden ab 1. Oktober auch entgegengenommen. So, und ab Januar gibt es auch die Möglichkeit, so zumindest die offizielle Aussage von Thailand Elite, in den E-Mails, die zugesendet worden sind, kann man auch weiterhin Upgrades vornehmen, allerdings auf andere Packages, die vermutlich teurer sein werden. Wir haben hier übrigens auf unserer Webseite einen Download-Button hinterlegt. Hier könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, den Upgrade-Antrag herunterladen. Aber schauen wir uns doch mal an, was passiert ist, welche E-Mail rausgegangen ist von Thailand Elite. Darauf haben dann alle doch irgendwann mal gewartet. Hier am 3. August ging diese E-Mail dann an alle Member raus, worüber auch nochmal berichtet wurden, dass am 1. Oktober, dass es da neue Packages gibt. Und, ja, dass man eben nur noch Zeit hat, dieses Upgrade auf das Superiority-Elite-Visa vorzunehmen, und zwar bis zum 15. August. Also, die E-Mail ging am 3. August raus, und man hat somit nur noch 12 Tage Zeit hier abzugraden. Das ist ein bisschen knapp für einige, vor allem für welche, die nicht in Bangkok wohnen, denn dieses Upgrade muss auch noch postalisch erfolgen, ja. Genau, das ist diese E-Mail, die rausgegangen ist. Viele haben dann natürlich Thailand Elite direkt kontaktiert und haben auf eine E-Mail vom Member Contact Center gewartet. Das ist diese E-Mail, die kam dann offiziell zugesendet. Hier wurde auch nochmal darüber informiert, dass diese Application, also die Bewerbung, nur noch bis zum 15. August angenommen wird. Hier noch so eine kleine Preisübersicht, ja. Also, all diejenigen, die damals für das 5-Jahres-Visa 500.000 Bud bezahlt haben, bezahlen für dieses Upgrade weitere 500.000 Bud, sodass eine Million Bud zusammenkommt. Dann hat man diese 20 Jahre eben. Und diejenigen, die die Preiserhöhung damals mitgemacht hatten und haben 600.000 Bud für das 5-Jahres-Visum bezahlt, die müssen jetzt eben nur noch 400.000 Bud bezahlen. Wichtig dabei ist zu beachten, dass in diesem 5-Jahres-Easy-Access-Package war ein sogenannter Limousinen-Service mit inkludiert. Also, 24 Mal im Jahr konnte man diesen Limousinen-Service in Anspruch nehmen. Ja, war eine ganz feine Sache. Man wurde abgeholt von zu Hause, vom Hotel, wie auch immer, zum Flughafen gebracht. Wenn man am Flughafen angekommen ist, irgendwo, wo man hingereist ist, wurde man auch vom Flughafen abgeholt und dann ins Hotel gebracht. Also, es war immer ganz, ganz nett. Fakt ist natürlich eins, dass mit dem Upgrade auf dieses Superiority-Package, dieses 20-Jährige, fällt dieser Limousinen-Service weg. Da haben sich natürlich einige beschwert, aber das war von Anfang an nicht in diesem Package enthalten. Von daher weist Thailand-Elite hier deren Member auch darauf hin. Dann hat man nur die Möglichkeit, wenn man dieses Elite-Easy-Access-Membership-Package hat, dass es auch nur damit möglich ist, zu diesem Elite-Superiority-Package abzucraten. Und, ja, man soll doch mindestens noch drei Monate Gültigkeit haben. Also, das Fünf-Jahres-Visa soll noch drei Monate gelten. Ja, wenn es nur noch zwei oder ein Monat gültig ist, dann hat man auch keine Möglichkeit mehr abzugraten. Da vermutlich der Prozess etwas zu lang dauern könnte und das Fünf-Jahres-Visum ausläuft. Also, ganz, ganz wichtig. Dann, Upgraded Membership will be activated after payment for the membership upgrade. Also, erst wenn natürlich bezahlt wird, dann gilt auch dieses neue Package. Dann muss man natürlich eine Bewerbung einreichen. Also, man muss eine Application-Form ausfüllen. Die sendet auch Thailand-Elite hier mit. Und diese Form, die ausgefüllte Form, soll man auch an diese E-Mail-Adresse hier schicken, an crm-at-thailand-elite.com. Dann wird dieser Antrag überprüft. Und erst, wenn die einem das Go geben, dann soll man das Ganze auch noch postalisch, wie es hier geschrieben ist, zum Headquarter von Thailand-Elite schicken. Mit senden soll man auf alle Fälle ein farbiges Passfoto zweimal zwei Inches. Also, ein quadratisches, seltsames Format ist ein US-Format. Wir haben uns sagen lassen von einigen Agenturen, dass es nicht unbedingt auf dieses Format ankommt. Das wäre wohl nicht so wichtig. Man könnte sogar ein Selfie schießen. Denen geht es einfach nur darum, dass die ein Foto für ihre Kundendatenbank haben. Und dann sollte das passen. Nichtsdestotrotz, wer es wirklich genau exakt machen will, macht euch ein Foto zweimal zwei Inches und fertig ist. Dann wird hier auch noch auf eine zweite Unterschrift hingewiesen. Zeige ich euch aber gleich. Dann muss man noch mit einreichen eine Passport-Kopie, also eine Reisepass-Kopie, unterschrieben natürlich in Thailand, wie so alles unterschreiben auf der Kopie. Dann soll man noch eine Kopie von dem derzeitigen Thailand-Elite-Visa mitschicken, auch mit Unterschrift. Und noch eine Kopie vom spätesten Ankunftstempel, also Arrival-Stamp in Thailand. Und falls man noch einen Extended-Visa-Stamp hat, wenn man jetzt sich momentan in Thailand befindet. Und das Ganze schickt man dann an diese Adresse, CRM-Section Thailand Privilege Card Co. Limited, direkt nach Bangkok. Hier wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass es eben diesen Transfer dann nicht mehr geben wird. Und sonst bleibt aber alles erhalten. Also dieses Personal Assistant Package am Flughafen, der Escort Service, sag ich mal, bleibt auch erhalten. Also man kann auch noch in diese ganzen Lounges am Flughafen gehen. Ja, ist ja auch noch mal beschrieben. Genau. Auf alle Fälle bieten oder schicken die von Thailand-Elite hier auch noch diese Application Form mit. So sieht sie aus. Man kann sich das hier alles durchlesen. Dann unterschreibt man hier, hier in dieses Feld hier oben. Ja, hier kommt die Unterschrift rein. Hier unten kommt noch mal der ausgeschriebene Vor- und Nachname mit rein. Hier das Datum. Dann kreuzt man hier gewisse Dinge an, füllt das alles aus mit seinen Daten. Also es ist jetzt kein Hexenwerk. Hier wird noch mal unterschrieben. Wohlgemerkt, es muss auf jeder Seite unterschrieben werden. Hier ist dieses quadratische 2 auf 2 Inch Foto, soll da eingeklebt werden. Oder man kann es auch einfügen, wenn man ein PDF-Programm hat. Dann geht es los mit dem Ausfüllen des Antragsformulars. Diese Sektion hier ist nur für Thailand-Elite bestimmt. Das heißt, hier schreibt man nichts rein. Ansonsten gibt man hier seine ganzen Angaben an. Man hat die Möglichkeit, das auszudrucken und das händisch zu machen. Hier steht auch noch mal da. Man soll aber Großbuchstaben verwenden und entweder mit schwarzer oder mit blauer Tint, also mit dem Kugelschreiber, das ausfüllen. Oder man macht es einfach am Computer. Problem hierbei ist, dass man hier immer nur Feld für Feld eintippen muss. Also man muss dann hier jedes Mal in dieses Feld klicken. Man kann hier auch mehrfach reinklicken. Also das ist so ein bisschen ungünstig gemacht, sage ich mal. Deswegen ist es vielleicht besser, dass man sich das ausdrückt. Die anderen Felder hier ist kein Problem. Hier kann man so reintippen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man das hier alles ausgefüllt hat, dann hier gibt es keine Unterschrift. Dann scrollt man hier runter und hier muss man aufpassen. Hier muss definitiv in der Mitte auf der zweiten Seite muss eine Unterschrift, ja, man muss da hingeschrieben werden, ja. Es muss unterschrieben werden. Hier gibt es noch eine Section, die ein bisschen seltsam wirkt. Und zwar muss man hier ausfüllen, wie viel Zeit man noch hat. Beziehungsweise nehmen wir mal an, du hast dieses 5-Jahres-Thailand-Elite-Visa, dieses Easy-Access-Package, ja. Und lebst schon seit 3 Jahren in Thailand, ja. Dann hast du quasi noch 2 Jahre davon über. Wenn du upgradest auf dieses Superiority-Package, dann würdest du 15 Jahre on top bekommen. Da du aber noch 2 Jahre übrig hast, ja, sind es dann im Prinzip 18 Jahre. Sowas müsste man hier mit reinfüllen. Aber auch ganz genau in Monaten. Ist ein bisschen schwierig. Wir haben rückgefragt, man kann dieses Feld auch leer lassen. Das macht dann Thailand-Elite und füllt das dann auch aus, ja. Also, dann muss hier unterschrieben werden, dieses Feld hier wird wieder komplett leer gelassen. Hier steht es auch wieder für Thailand-Elite, ja. Ist nur dieses Feld hier auszufüllen. Dann muss hier unten wieder unterschrieben werden, ja. Und dann muss man einfach nur noch durchscrollen. Hier eine Unterschrift hinsetzen, ja. Dann hier eine Unterschrift hinsetzen. Und damit ist das Ganze dann auch durch. Hier diese Unterschrift und hier nochmal eine Unterschrift. Und damit ist der Antrag auch schon erledigt, ja. Diesen Antrag schickt man dann, wie gesagt, an das CRM in Thailand-Elite.com, ja. Die prüfen den Antrag, dann wird er stattgegeben. Oder es wird nochmal gesagt, verbessere doch nochmal bitte dies oder das. Und dann kann man diesen Antrag postalisch wegschicken. Was wir auch schon mitbekommen haben, wenn du in Bangkok wohnst, dann schau einfach beim Thailand-Elite-Hauptquartier vorbei. Und reich dort deinen Antrag ein. Das ist scheinbar ein Prozess. Der dauert eine halbe Stunde. Soll auch, ja, soll relativ schnell gehen. Es sei denn, da warten noch andere. Aber die kümmern sich da schon um einen. Also das ist ganz gut. Was wir allerdings auch mitbekommen haben im Internet, also vor allem auf YouTube, gibt es einige Videos von Visa-Agenturen, die sagen, wir machen das für dich. Was wir allerdings erfahren haben, ist, dass man dieses Upgrade-Package nicht über eine Visa-Agentur machen kann. Also über eine zertifizierte Thailand-Elite-Wiederagentur. Die lehnen das nämlich ab. Ich vermute mal, dass es da keine Provision für diese Agentur gibt. Die sagen, mach das doch bitte selber. Wir haben auch erfahren, dass es Visa-Agenturen gibt, die das machen. Verlangen allerdings 30.000 bis 40.000 Baht, um diesen Antrag da einzureichen. Also schon eine horrende Summe für etwas, was sie einfach nur ausfüllen und dann auch zum Hauptquartier schicken. Davon würden wir definitiv abraten. Es gibt noch ein bisschen Zeit. Also keine Panik. Druck das Ding aus. Mach die Passport-Kopien. Unterschreib alles. Und ja, reich es bei Thailand-Elite schon mal ein. Wir haben auch von einer sehr seriösen Agentur erfahren, wenn man das schon mal per E-Mail hingeschickt hat und die sagen, hey, super, das geht so durch, ihr könnt das postalisch losschicken, dann hat man quasi schon so seinen Willen gezeigt, dass man verlängern möchte. Man hat ja den Antrag unterschrieben, hingeschickt. Wenn der Antrag dann auf postalischem Wege ein paar Tage zu spät kommt, wäre das jetzt scheinbar auch nicht so schlimm. Aber es gibt eben diese Deadline bis zum 15. August und diese gilt es auch einzuhalten. Kommen wir nochmal zum Thema Preisspekulationen. Hier gibt es auch auf YouTube viele Videos, die da Gerüchte verbreiten, dass das neue 20-Jährige oder 20 Jahre Thailand-Elite-Visa auf einmal 5 Millionen Baht kosten soll. Das sind alles Gerüchte. Diese Personen sagen nicht, woher kommen diese Informationen. Und selbst wenn man auf Facebook mal nachliest, dann heißt es dann auch, ja, das hat mir meine Visa-Agentur mitgeteilt. A, man weiß es nicht, ja, das sind Spekulationen. Das andere, was auch noch dazu kommt, so eine Visa-Agentur möchte natürlich auch ein neues Package abschließen, zum Beispiel, ja, bis zum 15. September und es heißt ja dann, es wird eventuell teurer. Das heißt, diese Visa-Agentur ist natürlich auch daran interessiert, vielleicht eventuell auch irgendwelche Meldungen zu verbreiten mit völlig utopischen Preisen. Kann aber auch sein, dass die Preise stimmen werden, ja. Wir wissen es nicht. Die Frage ist aber auch noch bei so einem 5 oder bei so einem 20 Jahre Elite-Visa, welches 5 Millionen Baht kostet, welche Services sind da mit dabei, ja. Ist da wieder so ein Spa-Kurs, so ein Golf-Kurs, ist da sowas mit drin, also so ein Schnickschnack, den man sich vermutlich nicht unbedingt gönnen möchte, ja. Oder ist das das rein nackige Visa? Wir wissen es nicht, ja. Dann gibt es natürlich einige, die fühlen sich sehr angegriffen, weil die Kommunikation mit Thailand Elite, die sah damals so aus, dass natürlich gesagt wurde, dass man, wenn man ein 5-Jahres-Visum abschließt, also das Elite Easy Access Visum, dass man die Möglichkeit hat, bis zum Ablauf des 4. Jahres dieses Visum abzugraden auf das Superiority Package, also auf die 20 Jahre. Jetzt ist es natürlich nicht mehr möglich, denn auf was möchte man upgraden, wenn das Superiority Package eingestampft wird? Ja, man kann da nicht mehr upgraden. Jetzt fühlen sich natürlich einige auf den Schlips getreten und sagen, ja toll, ich habe das extra so geplant, ich mache erst mal 5 Jahre, dann genieße ich den Limousin-Service und am Ende tue ich upgraden, wenn es mir in Thailand gefällt oder wie auch immer. Ja, die Personen, die sind da strengst davon genervt und es gab auch schon Gerüchte, dass hier irgendwelche Leute ihre Anwälte einschalten wollen. Leute, lasst es sein, ja. Fragt euch nur diese eine Sache, möchte ich länger in Thailand bleiben, ja oder nein? Ja, und eigentlich gibt es da gar kein weiteres Nachdenken darüber, ob man dann upgradet auf dieses 20 Jahre Package für weitere 500.000 oder für weitere 400.000 Haibat, denn ich bin der Meinung, dass es dieses Package so günstig nie wieder geben wird, ja. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video etwas weiterhelfen. Wie gesagt, auf unserer Webseite haben wir hier noch diesen Download-Button. Also, falls du von Thailand Elite noch keine Antwort bekommen hast, dann klick einfach auf diesen Button, lad dir dieses Formular runter, füll es aus und sende alles an die E-Mail-Adresse, die ich dir gerade eben gezeigt habe. Und dann soll das kein Problem mit deiner Verlängerung geben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao.